So, wieder 20 Gold bekommen hier Hallo? Ja, wie meint er das jetzt weg hier? Jetzt ist es weg So Jetzt bin ich zu Hause, was geht bei so... Cool Open your own way and track Wonder Furnace into the slot and place Wonder Furnace on the ground Come to the Wonder Furnace and press E for interaction Bring your recycled wooden block in the slot Furnace to... Wonder Furnace Pack ich erstmal, wo pack ich mir das hin? Also hier, ich hab ja gar keine Ahnung, was das sein soll Inventar Wonder Furnace auf 5 So, 5 Ach, das ist ein Open, alles klar Stimmt, Furnace, mit was hab ich denn sonst verwechselt? Soll ich die nicht vielleicht doch irgendwo... Naja, ich kann ja auch drum herum bauen Also hier hin jetzt Aktivieren So, was sollte ich da reinpacken? Ach, das Rezept, genau Und Craft klicken Alles klar Was muss ich jetzt machen? Bring your fence, Recipe, Recipe, Necessary Component and Kick Drop Okay Mhm, 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 mhm Was hab ich gemacht? Und nur? Stone Stone Alles klar Irgendwann Stein Rezept Habe aber auch keins Ich glaub mir fehlt Stein, oder? Kraft 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 Start a random Kraft Wohh, wohh, wohh Wohh, wohh Wohh, wohh Wohh Wie verarschen Bring your stone in the slot of presscraft Ich verarsch Leute Was ist denn das hier oben eigentlich? Stone in welchem Slot? Einfach hier rein Oder da oben Kann man die Mieren packen? Ja Mein Gott Da will der auch nicht hin Doch da Der macht ja gar nichts hier Was ist denn von der Scheiße? Clay Rhinestone Coal Woodenblock Der craftet ja nichts hier Alter, will der mich verarschen? Boah, alter Das kriegt mich auch jetzt Wo muss ich den dann reinpacken? Du shitfucker Also er craftet hier gar nichts Jetzt mal im Ernst Ich will mich verarschen Der macht ja einen Scheißdreck hier Was soll ich dir? Was ist das für ein Mist? Jetzt mal im Ernst ey Bring your stone in the slot Und was für ein 5 Slot Du Ja da geht es ja schon mal los hier Wie ich sowas hasse Wie ich sowas hasse Echt jetzt Pass mal auf Ich hole noch ein bisschen Stein hier Oder? So ein Scheiß Ich kann sowas nicht ab Ich hasse es Wenn irgendwas nicht sofort funktioniert Und schon mal gar nicht Wenn es überhaupt nicht funktioniert Ist das verpackt jetzt Oder was? Mein Gott Macht mich nicht aggressiv Oh Gott Diese Lade auf Zeit Wahnsinn Ist das bei diesem Minecraft auch so? Nein Ich werde es nicht erfahren Das wäre die bestimmte Ehe Spiel So jetzt aber Was ist denn das hier? Wieso ist der Chat hier? So jetzt kloppe ich mir hier einfach ein Blut rein Frei So jetzt nehme ich noch ein bisschen Stein mit Sicher ist sicher Vielleicht hat einer gefehlt Das kann ich mir vorstellen Da hat ein bisschen Stein gefehlt Ich nehme mir so ein bisschen mit hier Ich hole jetzt hier wirklich wie ein Berserker So Noch ein bisschen Noch ein bisschen Den nehmen wir auch noch mit Ich will die Fläche unten einziehen So Wird jetzt wohl reichen Hoffentlich Na gut Der ist schon angebrochen Den im Moment So Und wieder zurück Nee Das klappt jetzt nicht Flipp ich aus Echt Extract Ist das schon wieder falsch geschrieben Extract heißt das Wenn ich was ein Extract Wow Wupp So Jetzt aber hier Nee Das wird auch wieder nix Was Was für ein verkackten Slot Echt Jetzt wollt ihr mich verarschen Ich weiß nicht was ich machen soll Soll ich das direkt Auf den Ofen packen Nicht mehr was Wird ja auch nix Starter Random Craft Ja dann crafter doch mal Mein Gott Ey Das rückt mich schon wieder auf Ich hab schon gar kein Bock Man diese kacke weiter zu spielen Echt Das war's jetzt oder wie Alter was ist ein B hier eigentlich Ne Ne Lass mal Aber jetzt mal im Ernst Die gibt's nix zu craften Das ist schon richtig bescheuert hier Das bist ja blöde So bin den Slot Was für ein Slot Okay Okay Jetzt manchmal einfach Das selber nochmal mit Nee Wann ja sehr schön No Hat den selben Effekt Ja oder nein Scheißegal Charakter interior Mechanism Ich hab ja sonst nix weiter hier Ich hab ja sonst nix weiter hier Da muss ich was anderes reinpacken Probier's mal mit irgendwas anderem Das sieht auch nix oder Ne das sieht überhaupt nix Ich kann ja random überhaupt nen Scheißdreck machen hier Das war's dann wohl mit dem Spiel hier Das ist total bekloppt Echt jetzt Warum sollte ich das weiterspielen Wenn der scheiß schon mal nicht funktioniert Wenn ich zum bekackten Englisch Kann ich random überhaupt nix Craften Wo ist das denn direkt Ich bin noch am Warn of Furnace Bring a stone in the slot Und Oppressed Craft Ganz gut Ich mach's nochmal Welchen slot auch immer Ich sit ja nur 5.000 Ich hab's verfügbar So Da macht er auch nix Warum macht er da nix Und vor allem Warum konnte das Ding jetzt plötzlich da rein Craft er doch mal irgendeine Scheiße Echt jetzt Da kann er zum Beispiel nicht rein Hier krieg ich ihn auch nicht rein Kann er hier rein Da kann er auch nicht rein Ich kann nichts craften Wie ist es So Jetzt hab ich ihn da Und Passiert was Es passiert nix Es passiert nix Gott Ich hasse dieses Spiel Gleich deinstallieren Start a random craft Scheiße Ob ich was reinpacken oder nicht Alter So eine verpackte Pisskacke hier Echt Yes Das ist doch ein Warn of Furnace Oder Wo muss ich das Ding Wohin bringen Hier So Das steht ja einfach falsch Keine Ahnung Ja Aber es geht ja nicht Hier geht nämlich gar nichts Ne danke Danke fürs zuschauen Aber auf diesen Scheiß Habe ich gar keinen Bock Hier Was ist ein Tee Achso diese scheiß Karte Ne echt Das ist mir zu doof Und ich meine Hier kann man ja kaum was falsch machen Also kann ich nichts hier falsch machen Es funktioniert einfach nicht Danke fürs zuschauen Spielt nicht dieses Spiel Das ist der letzte Dreck Also hau rein Ciao Uh oh